Hallo aus der sonnigen Türkei, aus Antalya. Mein Name ist Apolle Markus, auch Api genannt. Ich guide Mountainbiketouren in ganz Europa, habe mich aber spezialisiert auf hochalpine Touren wie die Transalp Tirol und möchte euch hiermit meine neuen Transalp.tv 35 Liter von Urban Rock vorstellen. Geräumiger Stauraum sowie Campbell-Vac-Vorrichtung für unterwegs. Zwei Seitentaschen sowie Hüfttaschen. Ein luftdurchlässiges Rückenteil. Praktisch die Helmhaltung, nur mit einem Klick festzumachen. Zwei Seitentaschen für Luftbumpen und sonstiges. Eine spezielle Puschtasche für Handy oder Funk. Geräumiges Rückfach für Erste Hilfe und diverse Sachen. Das von Urban Rock und APRT patentierte Schulterpölsterchen verhindert schmelzhaften Aufstieg bei längeren Tragepassagen mit Ihrem Fahrrad. Viele Befestigungsmöglichkeiten und Zugurze am gesamten Rucksack. Um den Transalp.tv in Aktion zu sehen, besuchen Sie ihn einfach unsere Website apibook.at oder transalp.tv. Viel Spaß beim Biken. Yeeha! Yeeha!